Einen schönen guten Mittag, Freunde. Ja, gut geschlafen und geskypt noch heute Morgen. Ja, jetzt bin ich hier bei Museo del Ore. Also eines der Sehenswürdigkeiten hier. Es gibt hier viel Goldstein, Goldmuseum anscheinend. Eigentlich mag ich nicht so sehr im Museum, aber... Ja, gehe ich jetzt mal rein, muss zu halten. Ich merke, es ist doch nichts zu tun. So, noch ein paar Sachen. Es gibt hier noch eine Free Walking Tour. Schaff ich aber leider nicht mehr. Ja, vielleicht morgen, ich guck mal. Aber ich will euch schon morgen den Bus nehmen. Schau mal, vielleicht mach ich noch einen Tag länger. Und Bicycle Tour gibt es hier auch noch. Und Graffiti Tour gibt es noch. Also for free halt, also. Gibt halt ein bisschen Trinkgeld, aber... Ja, es ist schon cool, wenn du einer so einen Guide hast, wo Englisch spricht. Und du dann rumlaufen kannst. Und ja, dir hat alles erklärt. Also, finde ich schon cool. Ja, sonst gut noch werden, richtig cool. Ja, besser als erwartet. Kaffee ist auch gut, wie ihr erwartet. Und ja, so sieht es ja ein bisschen aus, gerade wo ich bin. Geiler Wasserfall hier. So ein bisschen dran, ne. Hier wird ein schönes Wetter erwischt. Ja, mir geht's gut. Es läuft. Und ja, wir schauen, was ich heute noch mache. Aber es ist schon Mittag. Wir schauen mal, es bleibt irgendwie... Aber wahrscheinlich doch nichts bleibt eher Veto schneiden. Weil ich da... Jetzt wieder ein bisschen dran hängt. War gut dran. Ist wieder leicht... Aber man sieht immer wieder leicht zurück. Aber... Weil ich schneide heute mal ein Veto wieder. Ja... Jetzt mal gleich rein, ne. Museum del Vore. Bin gespannt. Aber... Guck mal, das war alles abgeknüpft. Trinken oder das Mikrofon wieder. Schauen wir mal. Willi. Willi. Oh. 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 Zwischenfazit? Ja, ganz okay. Also zu dem Preis, da bin ich nicht klar. 4.000 Euro, 1.10 Euro, 1.20 Euro rum, also Bibelfax. Ganz unten war nur eine Ausstellung und hier ab der zweiten Etage ist eine Goldausstellung. Ja. Ja, doch, finde ich ganz cool. Und ja, was ich noch erzählen wollte, wegen der Free Walking Tour, die ist um 10 Uhr morgens und um 2 Uhr nachmittags. Und man trifft sich hier vor dem Musee Hotel Oro, falls euch das mal interessiert. Ja, dauert dann 3 Stunden vor Frieden. Ja, es läuft dann weiter hier rum. Insofern, Hälfte bin ich durch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.